Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Baden Farmer und freue mich, dass du uns auf einem weiteren LS22 Roadtrip begleiten wirst. Heute sind wir auf der Map Frühling unterwegs, einer kleinen verträumten Region in Mitteldeutschland. Diese fiktive Karte ist für kleine bis mittlere Maschinen ausgelegt. Sie verfügt über einen schönen, urigen Bauernhof, 14 Ackerfelder, sieben Wiesen und einem Forstgebiet. Zudem ist die Map bereits von Beginn an mit zahlreichen Verkaufs- und Produktionsstellen ausgestattet. Zum Hof gehören Kühe, Hühner, Schafe und das Pferd Hope. Zudem verfügt der Hof über ein Silagehochsilo, ein Multifruchtlager sowie einem Gewächshaus. Vor und hinter dem Hof befinden sich ebene Felder, die sich sehr gut als Baufläche eignen. Heute sind wir mit einem John Deere Gator 6x6 unterwegs und haben den Sender La Musique FM im Radio eingestellt. Sei also neugierig und komm mit auf einen klassischen Roadtrip im LS22. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020